so dann habe ich Physik fertig so dann packe ich das mal weg bis gleich oh ja gib mir das Zeug alles meins das ist auf mich zu schlagen meine Hecken meine Hecken wurden geklaut die Hübe kann ich mal aufhören doch ja vielleicht auch fuck Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf dem Kekscraft-Server der Danny Akaike ist wieder da Zoom 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 oh mein Gott nein Noja nein nicht bei einer Aufnahme ja ich bin wieder da langer Zeit und langer Abwesenheit bin ich wieder geboren worden ich bin wie so ein Phönix genau deswegen bist du auch rot ja das ist nur ein Zufall das ist eigentlich rot das ist gewollt genau das ist gewollter Zufall die denken immer das sind eigentlich rot oder sowas aber nein eigentlich sind sie grün die sind nur so krass dass sie dein Auge täuschen können da ist ein Pinguin was macht hier ein Pinguin ich hab ihn schonmal geschlagen ist zwar wichtig dass ich ihn schlage ähm ja eine Sache ich bin derzeit nicht in der Lage selber zu laufen im Relief sowie im Spiel äh weil ich mit so einer hässlichen Wilders zu spiele also trägt mich Helden aus der IP ist der Behindertentransport hier und würd mich äh durch die Gegend tragen mach mal deine Schuhe an äh zieh mal deine Schuhe an äh ja genau zur Sicherheit fall weil sonst soweit du auf den Boden kommst kriegst du Schaden und ähm das wollen wir ja nicht das wollen wir ja nicht ich bin eine Biene das ist so wow wow ähm und macht jemand mal Tag ich will ich hab Angst ich weiß nicht ich glaub wir gucken uns zuerst mal hier das Dorf an ne das Krüppel das Krüppeldorf so von und zu gucken wir uns an ui das ist doch mal das ist doch jetzt lecker können wir uns auch allgemein mal weil ich schon Ewigkeiten nicht mehr gezeigt hab was sich eigentlich bei wem wo geändert hat deswegen ist das eigentlich ein ganz gutes Sinn das hier war unser Starthaus da hat sich mittlerweile ein anderes Haus wieder noch dazu reingeneriert ähm auch cool ja das hier ist wie kann man Schilder so platzieren ja da haben wir ein Mod für das geht jetzt wow du kannst sie auch an die Decke platzieren alter das ist so krass ja ne okay hier haben wir halt das ist das Haus in dem wir gestartet haben hier liegen hier sind sogar immer noch das Osten oh 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 mein Touchpad sorry ich hab ne Quantumrüstung an das stört nicht ist von nem heftigem Laptop halt so ein Touchpad ja wenns falsch umgeht hier ist noch mehr Glas drinnen da ist noch mehr Glas hier ist unser Umhang 0F drauf ha Optifine ah Optifine bist du Optifine Supporter ja wow äh ja hier ist das Standarddorf hier ist unser Smattery von Minefactory Reloaded äh nicht Minefactory Reloaded äh äh ne wie heißt der im Falsmod Tinkers Construct danke das ist was ich sogar ja nice habt ihr die automatisiert die ist automatisiert so halb also wir automatisieren die immer mal wieder und dann wieder nicht und so halt je nachdem was wir gerade brauchen oh hier kommen gleich Schneebälle runter es schneit oh soooon äh ja da können wir dir auf jeden Fall auch noch eine Tür machen ich werde nämlich sowieso dann die nächste Folge schon so als nice preview werde ich bei mir an der Basis eine automatisierte Smattery hinstellen äh und ich bin da um zu nerven äh genau du bist da um zu nerven hier ist ein Lager hier sind sogar noch Ressourcen Alter ich bin wieder aber meins ja hier ist ähm automatisch nachtgefüllter Stein nehm wir einfach ohne Grund einfach mal hier ein bisschen Stau Alter oh scheiße ich freu mich schon wenn ich äh Maus das dazu wieder laufen äh wir sind dann richtig dann ja das ist eine kaputtgegangene Türchen wieso gibt es keine Rollstuhlmod äh gibt es bestimmt ne die Kirche hier wurde etwas kaputt genuket irgendwann mal als wir dieses Buggy Haus was hier stand weggesprengt haben ja wenn du mal guckst Achtung ich mach hier mal ein bisschen Boden weg ah hier noch nicht doch hier fängt es an wo ist es da geht es etwas nach unten hier ist ein kleines Sprengloch ähm das haben wir auch alle anderen noch nicht gesehen dass hier so eins zwei viele Nukes sind hier hochgegangen ja warte ich schon mal kurz meine Brightness auf Bright ja Brightness sollte Bright sein ist schon Bright ist aber trotzdem sehr dunkel ja das ist es dunkel äh ja also hier hier stand mein Haus ein kunterbuntes Haus ein Äffchen und ein Pferd ja das stehen jetzt alle nicht mehr Inzest ist verkehrt genau dann gehen wir mal weiter zu dem Haus von Simmler schnell reisen Simmler wie sind eigentlich diese Bäume hier entstanden? äh ich glaub durch IMA ich glaub das Server hat da ein paar Probleme stimmt kann das sein oder ist das nur auf meiner Seite? was? ist das auf deiner Seite? das ist das Server das grad ein bisschen krass laggt ne du lagst immer dann wenn du von den Dingern durch die Gegend transportiert wirst ah ja wenn ihr äh die Stink und sowas ja genau hier ist seine so scheiße laute Autofarm da unten Alter ich muss da echt ein paar Masler dahin äh Makler dahin stellen ja gibt's ja auch jetzt ne? ja ja warte ich bin schon ey du hast endlich wieder genug Energie weil zusammen mit deiner MFSC äh mit deiner Query hast du ja nicht genug Energie und was macht diese Farm da unten jetzt so? äh die farmt da unten Holz ab und äh verarbeitet das hier hinten zu Kohle weiter und diese Kohle wird genutzt um das hier in die Steam Boiler reinzufüllen auch nicht und dann äh Steam herzustellen und dann der Steam wird genutzt um in das für kleine Rege herzustellen und wieso arbeiten die so schnell? äh wegen Lillipads of Fertility genau wegen was? da gibt's diese diese Lillipads diese Dinger die da unten so durch die Gegend blubbern das sind Lillipads of Fertility die sind oh shit sorry kannst du runter gehen oder so war das glaub ich mein Kontrolle hast du jetzt einen Muffler dahin gesetzt? aber einer reicht übrigens nicht wieso? ich höre nicht mehr nein der hat keine große Reichweite aber ja also höre natürlich nichts mehr ja naja es wird auch grad nichts abgebaut was ist das hier jetzt hier noch? hast du das Warded Dingens hier noch? das Warded Dingens steht noch komm schon dann mach das weg oh ja das guckt dir an irgendwas hat das gemacht aber ich weiß nicht mehr was es portet ihn hin und her hier können wir ne es gibt es gibt also hiermit kannst du Heldmaster trollen ah das ist Heldmaster troll machine jetzt habe ich Speed und oh hast du den Speed? ne hey wer hat den Scheicher weg gemacht? halt Heldmaster hat den Speed ja er hat den Speed ja ja ähm ja so ich organisieren wie geh ich mal einen Controller also nebenbei also nachdem wir das hier aufgenommen haben jo dann können wir ihn wieder aufnehmen da kann ich auch ein bisschen drücken Sunder warum hast du eigentlich immer noch Pisten? weil ich zu fallen war auf 2 ok klingt noch ein Grund es wird schon wieder Nacht ah nicht mehr alter wir haben schon den 2256. Tag ähm zu deinem Haus? ne gut oder zu ja was ja ähm hier können wir eigentlich zu deinem gehen Heldmaster oder? nee das da ist ja was das sieht scheiße aus das sieht man nicht viel nee das Wallhouse meine ich hier das ist von Hannes von ja was ach verdammt besser ist wenn ich euch verwechsel ja der ist ein Wallhouse gebaut? ja der baut ein Haus aus seiner Singleplayer Welt nach das spielt aber ganz schön scheiße das Singleplayer haha das sind Vögel wie kommen die nur hier hin? ahhhh vom ganzen Haus das sind doch Pigory ne? ha ha da darf ich dich ja gar nicht kommen komm 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 das ist natürlich ein großes Problem sterbt sterbt ist das sind das Schweinmänner? hä? was sind das für Viecher? sind das Schweinsmänner? das sind äh so spezielle das ist hier nicht da Imp heißen die glaube ich der hat nicht getrollt ich sag so ja ja die sind hier normalerweise nicht die sind im Neta allgemein äh geh nicht in den Neta wenn du keine Rüstung hast ja hast du jetzt wirklich die Biester? ach krass ist ey komm hier muss er mal kennenlernen komm mal du weißt schon dass ich keine äh äh Dingens hab was siehst du? was waren das? war eine Spinnen? das waren äh Krabben das waren äh Krabben ja so äh als nächstes könnten wir mal hier also das Haus nimmt langsam Gestalt an das irgendwie wieso kommen die grüne Partikel außen hin dann? hier? oh das war zu hoch ja ich bin dabei runter zu springen falls ich euch in Kontrolle warum mir Partikel aus dem Arsch kommen das ist wenn ich fliege mit meiner Qualität dann ist das so immer gelten sich zu viel an oder sieht das denn so aus? ne er sporn die oh ok dann äh weiter wollen? ja genau genau gehts weiter äh und zwar und zwar und was mehr hier? ja ja zu meiner Hütte mal du bist ein guter Krankentransport nur so nebenbei du machst deinen Job gut du solltest dann Gehaltserhöhungen bekommen aber naja ich hab kein Geld und Simla ist die ganze Zeit nur am rumtrollen Leute naja das ist ja ich meine wie immer wenn Simla da ist Simla wie er leiden lässt und lebt ja ähm hier ist das Haus das war mal mein Eingang ist jetzt aber mittlerweile noch der Ort wo man ankommt das ist äh das ist äh da ist doch noch was da kannst du durchlaufen aber Mobs kommen nicht durch da ist man sicher das kann man abbauen äh das kann man abbauen ja aber nur gegen den Solidblock aber wenn du wenn du das musst du mal hier mit einer Pickix ähm muss man mit wo ah wenn da na gut wenn zwei Leute dran arbeiten dann gehts aber ja bitte wieder hinsetzen das ist nämlich scheiße teuer das Zeug kurz hier hinsetzen genau ne 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 das soll da bleiben das hat gar keinen Sinn doch das ist nämlich das das Haus wo man ankommt das macht durchaus Sinn ja aber da gehts ja nicht weiter nein hier guck mal hier hier spawnt man da hat man so einen gewissen sicheren Bereich und dann gehts rüber zu meiner Basis das ist doch bescheuert das könntest du doch auch hier machen mein Gott kann ich jetzt da runter oder muss ich da runter ja du kannst hier runter gehen hier kriegst du auch keinen Fallschaden das ist mit ah ok die hab ich gemacht und hier hinten hier hinten bei dem Ding kommst du wieder hoch hoch also erstmal oah alter oh scheiß man ich muss mir die Kontrolle also hier geht meine Basis los hier ist automatische Holzfarben mit Forestry ja das hast du schon gedacht Multiblockfarm hier ist ne andere automatische Farm für Kartoffeln, Getreide äh Woll Wolldinger hier Cotton heißt das Zeug meinst deutsche Kartoffeln? was? meinst deutsche Kartoffeln? jo ich hab irgendwie 60.000 oder so davon mittlerweile alter 60.000 deutsche Kartoffeln ganze Dorf äh hier hinten haben wir noch ne kleine äh ne kleine Kaktusfarm mit 4 Mufflern damit ich ja nicht das Wasser höre weil mich Wasser nervt fließendes äh ja das hier ist die Farmregion also in der Richtung werden auch alles was so irgendwie an Getreidefarmen angeht äh erweitert dann haben wir hier einmal ein paar Simboller und Simboller ist in meinem Keller ich weiß nicht ob das gut ist also Peter du brauchst hier echt ein bisschen Farbe das sieht ja alles so trostlos aus man das ist meine das ist meine Basis das ist industriell guck mal noch dazu hier ich hab Coca Beans die müssen hier das ist das gewisse etwas gut die wurden mir einfach nur so hingestellt und äh ich hab ich hab keinen Bock die wegzuziehen wo wir Coca Beans farmen warum sind die ah ja nicht platziert äh ja hier ist meine Energieproduktion das sind äh Steamboller einmal für Ethanol und einmal für halt aus Charcoal und das hier diese Diamantschests ist diese sind die immer noch so oropaus ne die sind nicht mehr ganz so op doch sind sie nö doch du hast mir eine Config für geschrieben wie war denn ausbalanciert also über Steam ist es ziemlich balanciert also zumindest ja ja Factorization und ich ja äh äh quasi meine Heimatbasis wo ich hier so ein bisschen baue hier hinten kommt dann der der ähm der wisst schon was das Ding ins hin äh ja 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 dank dieser 30 weitere hast du nicht schon ganz lieb geplant ähm so jetzt geht's jetzt geht's weiter hier in den Keller hier ist äh ja halt hier ein bisschen Zugriff auf die Tanks ja und äh äh oh Peter alter da würd ich ja richtig verrückt man das hier das jetzt hier ist wirklich das ist nur Keller das muss so hier hab ich ne Koppel ne automatische Koppelfarm bisschen hingebaut die erst dann aufhört wenn ich 10 Millionen Koppelstone in meinem System habe also habt ihr auch diesen Mod mit den äh Compressed Koppelstone äh ja haben wir auch aber den nutzen wir nicht weil wir haben Deep Storage und die können irgendwie äh zwei drei Milliarden oder so Items von der gleichen Sorte halten äh nochmal Frage habt ihr ähm diesen Mod den den ähm CPW glaube ich in dem äh 24 Stunden Mod Jam ja haben wir das sind Translocators die siehst du zum Beispiel hier hier guck mal hier hier ist einer weil der Mod der ist der Hammer der ist wirklich gut ja hier hier siehst du den Translocator der ist so simpel aber so gut der Mod ja als ich den zuerst gesehen habe hab ich mir gedacht ja ähm und du ja hier geht's noch ein bisschen weiter ein bisschen Zugang zu meiner automatischen Farm und so bla bla ähm okay jetzt denkt mein jetzt denkt mein Bluetooth Ding dass das Teil nicht mehr verbunden ist auch toll ich lauf aber trotzdem um ja passt schon das bringt mir für ein sehr helle blaue LED die ganze Zeit in der Fresse rum ja 1400 äh Kakteen hab ich mittlerweile brauche ich mal einen Kakteen nein ich muss grad gucken ich muss wie gesagt mir gleich definitiv um die Kontrolle organisieren weil das geht so nicht weiter ja das war an sich jetzt äh schon meine Basis also ich würde dir mein Plan war es von hier aus einem Weg noch nach oben dass hier drüber noch eine Etage kommt weil hier ist ja noch jede Menge Platz dazwischen dass da eine Etage kommt wo noch so ein bisschen sonstiges Zeug hinkommt du brauchst ein Studentenwohnheim ja von mir aus schon wieder dunkel naja ah scheiße ja da einmal auf dem Wasser ist die Wohnung von Ima aber da ist noch gar nichts ne von wem oder der Ima 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 Freak der war noch nicht auf dem alten Server der ist aus dem Minecraft.de Forum es geht hier hin aha wolltest du mich also ersetzen, ja nö ok das ist gut ja ich krieg dich nicht du gehst grad in die falsche Richtung also da drüben ist halt einfach nichts das ist halt ein Haus ja ich war ich bin noch behindert ich war doch auf dem behinderten Transport man darf mich ja nicht so einfach rumlaufen lassen ich geh jetzt mal hier zu deinem Haus Hellmaster ja dann ist noch Martok und dann sind wir schon durch weil so viele Leute sind wir hier nicht auf dem Server mein Haus ist eigentlich bis jetzt noch nicht wirklich viel wie man hier seht eine schöne Getreidefarm die nicht mal automatisiert ist ich bin diese Monster ja äh ja noch wie gesagt aktuell keine Solarpanels platzieren ja das geht ja ja wieso nicht äh äh weil dann der Chunk in dem der steht neu generiert wird wenn der Server gestartet wird als neu gestartet genau also das ist nicht gut äh äh ja oben hat er glaub ich nichts außer sein Bett und der will schon direkt die Betten suchen ungemacht ja genau äh hast du mittlerweile deine Steamboiler oh du hast deine Steamboiler gesetzt ja aber da sind halt keine Dinger achso du hast die unteren Dinger noch nicht ja das ist mein ME System genau ah das ist ja süß da ist selbst das in der Bienenage größer ja das können wir auch noch zeigen das ist jetzt weißt du mal noch hab ich irgendwie ein Bio oder so ne Kacke drauf man warum weil es mir so vorkommt als würde mir jemand anders die scheiße steuern jetzt ist mein jetzt ist die Verbindung abgebrochen und ich weiß nicht wie ich sie wieder hinkriege egal wir nehmen dich mit ja das ist eigentlich mein das ist eigentlich mein ja gut da hast du ja ey dann brauchst du ja jede Menge Stil ne ja aber dann nimmst du ja wieder mein Ding in Spoiler ne ja oh ich glaub das Ding ist echt leer da liegt es glaub ich ja mal gucken ja gibt's ist eine der beiden zum Nexus Mining wollten wir nicht ja ja von Mining kommen wir zum zum Nexus das rechte ist der Nexus hier ah ok warte warte mal wir müssen wo ist der Kacke ja der ist in der Mining Edge gerade die musst du wieder her holen ich finde übrigens hier deine schwebenden Lichter ziemlich cool oh der hat den reingelassen mal Kacke hier hast du nen Glückskäse ah die Glückskäse sind voll cool so Bluetooth mal raus gezogen wieder reingesteckt jetzt hoffe ich mal dass ihr den findet ja jetzt hab ich aufgeschmissen ja guck mal was haben wir denn Enderman can't move TNT I'm serious ok wie mach ich das jetzt da ist meine Normalmaus angeschlossen jetzt kann ich mir Normalmaus überwegen wie kann ich jetzt Minecraft schießen mit einer Maus Gau das wird ein Problem was hast du nur Stehntier X ähm ich hab meins schon hier reingeworfen ich glaube das kann man einfach so ja Leute ja Gau ich bin ob ich ja ich wieder da vielleicht machen wir ganz kurz eine Aufnahmepause ok weil ich muss das hier mal ganz kurz hinkriegen und dann gehts weiter und ja wir sind ja heute Abend Sachen zu bohren genau werft euch zusammen mit Sachen zu oder so ne wir werfen die in die Mining Edge ich will aber auch mal einen haben so so da sind wir wieder nach äh der ein oder anderen Eskapade und ich hab eine Controller ja genau mhm durchdurch ist noch eine Nuke geplaxt äh geplaxt geplaxt genau aber das ist ja uninteressant das hat nie passiert ist das what the fuck war das irgendein Spawn Dingens pack deine meine Spawn Eier wieder rein die hast du von mir die hast du von mir die hast du von mir okay meine FPS sind voll im Killer ich weiß nicht wieso aber egal äh ja unser wir sind nicht mehr im Killer ne wir sind im Nexus warum sind hier so viele von diesen tüchern was ist das überhaupt im nächsten Leben so okay das ist unser wunderschöner Nexus ähm man hier wird nexeriert äh ja hier hinten gibt es ein Portal zum Neta ich würde dir nicht empfehlen das Portal am Spawn zu nehmen weil dann dein Client crasht du niemals mehr rauskommst ja genau du wirst lustig aus äh ja hier kommst du zur normalen Mining Welt hey 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 das kann so das gibt's ich weiß schon was du ein paar kackiges Jetpack hast und ich nicht ja das ist es ja kommt Leute so hoch wie möglich okay kommt mit nicht schießen das weiß ich nicht ich kann nicht fliegen oh ich bin fast in den Neta reingekommen Leute Alter das war überknapp so der nächste nimmt den Heldenmaster hoch ne 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 ich kann nicht fliegen ähm ja hier geht's hier geht's zu mir hier geht's zu dem Simbler hier geht's zu der nicht genutzten Dirt World so ja äh ja äh äh hier geht's zu dem Heldenmaster wir will da schon hin und hier geht's zu Martok und da wollten wir nämlich noch hin da waren wir nämlich Martok ups sorry Martok das ist nicht gewohnt im Video zu sein ah ok ich wusste das ist Martok gut er sieht auf jeden Fall so aus wie ist er Martok Wolken in seinem Zimmer äh das ist wegen Fallschaden nicht reduzieren also nicht vorhanden da mehr wenn du da reinfällst okay ja ja hör auf seine Basis zu zerstören hier äh ja hier hat er gestalten so ein bisschen automatische Farben von Pumpkins und von äh von wie heißen die melonen genau denn eine Etage weiter oben das ist halt Martok ähm hat er hier seine Produktion für ähm mit einem Bioreaktor zu Ethanol das Zeug bearbeiten ey irgendwie erinnert mich diese Maschine an etwas mhm der Sack hab meine Maschine geklaut nein hat er nicht aber sieht so ähnlich aus doch er hat sie geklaut ich sag's einfach ok er hat sie geklaut wir alle haben's gehört ja oh sorry das zieht mir was ab nur so nebenbei ja ja das natürlich ähm Ubi hat sein Autocrafting erweitert ach ich war gestern noch live dabei als er das gemacht hat mhm mhm äh so du kriegst wieder oben nicht festgemacht ja äh hier hat er ein Chargepad für alle oh warte mal äh Danny ich hab was für dich ich hab was für dich du hast was für mich was hast du denn für mich für mich ja Moment 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 das da cool danke ja das heißt ich kann das jetzt du kannst es jetzt anziehen und dann kannst du auch fliegen versuch halt raus du schiffst hast das auf dem ja einfach nur rechtsklick äh einfach nur rechtsklick wenn du ne wenn du ganz normal ne wenn du ganz normal nicht im Inventar bist einfach rechtsklick machen cool das ist oh ähm ja jetzt kannst du fliegen aber pass auf das Ding hat nicht so lange Strom können wir dir vielleicht noch auf Advanced abgränen oder so ja genau kannst du nimm Martox Strom ich nehm immer alles von Martox das weißt du doch ja und äh hier hinten hat ist so ne so ne so ne Slime Spawn Dingens und ganz viele Brandy Zombies ja ja hier ist ein Netaportal äh ja stimmt er hat ein eigenes Netaportal ja nicht benutzen ich weiß nicht was mir das sagen soll äh dass du es nicht benutzen sollst hier ist ein unsichtbar und ich nehm mal an es ist Simmler so auf jeden Fall ja ähm dann heißt das jetzt kann man sich irgendwo niederlassen und genau und äh wenn du mir Bescheid sagst dann mach ich dir eine Verbindung zum Nexus und dann gehts los ja ja das Problem ist äh ich werde wohl nicht zu einer Lage sein so abzubauen also wer hätte mir wohl alle eure Sachen schenken müssen leider tut mir leid ja also solange du jetzt nicht anfängst Cravys hier oder sowas zu bauen darfst du meine Ressourcen nutzen boah aber 40 Quarries äh 40 sind ganz schön viele du musst aber halt irgendwie deine eigene Energie erzeugen ne naja dafür brauch ich hier noch ein paar äh andere Sachen ich hab so die 400 Diamond Cables ja hab ich Autocrafting für was gibts hier noch beim Auto äh beim Auto äh beim Auto das ist von von Mainfactory Reloaded und das Zeug stellt äh umso mehr verschiedene äh Natursachen hier drin sind umso effizienter wird das Ding eine Menge verpasst jo und ähm das Zeug stellt Biofuel her und das ist theoretisch sollte das das gleiche sein wie äh Ethanol ist es aber noch nicht weil es noch verbuggt ist nämlich an äh ne das wurde das ehemalige Biofuel wurde absichtlich in Ethanol umbenannt weil es aus wegen irgendeinem Bug nicht äh ne weil es wegen irgendeinem Bug nicht kompatibel ist mit dem Biofuel von Mainfactory Loaded achso und deswegen wurde es dadurch umgangen und hier diese Unifier äh wechselt das einfach um also ne packt dann so Ordictionary Umwandlung und dann gehts los achso kannst du das auch mal Füßigkeiten machen oder was? ja ja das geht auch halt alles was irgendwie im Ordictionary drin steht und holy shit geh meine FPS in die Knie sobald das Ding an ist ja ja meine auch cool meine FPS sind so ganz cool wie ich mich umdrehe äh dann leckt das voll so das hängt irgendwie mit dem Programm zusammen aber es funktioniert ich kann spielen oh da ist ne Gravity Gun cool ne ich hab den mir auch angecheatet achso wo ist wir haben unser wenigstens legal ja hab ich dich jetzt? ja hab ich ich hab dich und ja wir fliegen gerade beide dadurch dass wir uns gegenseitig halten wie ein Tanz enfin lalala hab uns gleichzeitig los gelassen äh damit sind wir eigentlich mit der Server tour durch und wir haben auch schon ich hier war da muss Danny ja mal ein bisschen Kunst hier reinbringen auf den Server ja äh na wir so jemand wie Helena получается so die spielen ja nicht viel hier aufm Server das ist das Problem wenn wir mehr spielen schlitz auf schule wird gespielt ne die haben mehrmals ihre basis verloren weil sie so Ja, sie haben sämtliche Maschinen im gleichen Chunk gehabt wie ihre Solar Panels. Ja, aber das ist dann später erst rausgekommen, dass es durch die Solar Panels ist. Ja, aber schon zum zweiten Mal. Ja, du hast es zweimal gemacht. Also sowieso, selbst wenn das nicht gewesen wäre, wäre es blöd gewesen. Du hast hier übrigens eine Wolke zerstört, weißt du das, Simla? Ich? Du hast hier eine Wolke zerstört, dadurch, dass da ein Block draufgefallen ist. What? Ja. Dadurch zerstört man eine Wolke. Hallo Nexus. Ja, Nexus müssen wir auch noch verschönern. Ja, inhaltlich. Müsst, kannst du mal endlich den Konjunktiv benutzen? Hier ist ein Loch, hier ist ein Loch. Ja, ich... Braucht jemand Holz? Ich hab Holz. Ja, ich auch. Leider. Ich hab festgestellt, du produzierst schneller Holz als ich? Ja. Ja, aber was willst du bei Lillipatter Fertility erwarten? Dabei hab ich zwei Steamboiler, deine am größten. Mit Holzkohle betrieben, man. So, hier ist also meine alles zuhause. Ah, nein, hier ist sie hoch. Ja, genau. Ich würd sagen, ich bau dir hier eine eigene Etage rein, würd ich sagen. Ja, und dann gibst du nötige Sachen, damit ich ein schönes Haus hab. Dann bin ich sowas wie denn, wie denn, ich bin ein Untermieter. Ich kann jeden Dialekt benutzen, wenn du willst. Wenn du einen Arabisch-Untermieter willst, kein Problem. Wenn du einen Indischen willst, kein Problem. Wenn du einen Russischen willst, dann haben wir ein Problem. Kein Problem. Ich sage, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Komm mal, noch mal einen Juk hoch hier an. Ist langweilig. Noch eine. Ja. Naja, hast du ein Backup? Ich werde mich dann, wenn wir sagen, wir chillen jetzt hier zusammen, also ich kümmere mich dann in der Zukunft um ein industriell gut aussehendes Design hier. Ein bisschen Paying oder ein bisschen Lula-Jera. Du kannst ja so eigene Maschinen basteln, weil ich hab noch voll viele Pläne, was zu bauen. Aber dazu brauch ich diese Etage und die da drunter. Ich bin immer da für ein bisschen Brainstorming. Yo, 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 wie immer. Dann bin ich immer da. Das Übliche. Okay, hier, warte mal. Ich muss hier echt noch mal die Kabel umlegen, das sieht scheiße aus. Wo bist du? Ich geh jetzt hoch gerade wieder. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns für diese Folge einmal. Ja, genau. Guck mal, hier ist ein bisschen pinke Wolle. Danke. Und eine Wand of Equal Trade. Kannst ein bisschen verschwinnern. Das ist die geilste Sache auf diesem Planeten. Du verschwinnerst jetzt nicht hier meine Basis mit pinker Wolle. Nee. Ich hab hier ein Schwert, was sich mit zwei Schlägen killt. Ich hab hier ein Schwert, was sich auch mit zwei Schlägen killt. Ich hab was in der Hose, was sich mit einem Schlag ohnmächtig macht. Das ging in länge Zeit. Dann mach ich das halt. Hör auf! Es tut so weh! Es tut ja weh! Augenkrebs! Ja, wunderschön. Es sieht ja fast aus wie das Haus von Harakana. Nein! Shit! Nein! 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 Die haben noch gar nicht unser Beanage gezeigt. Nein, haben wir auch nicht. Ich bin Bean. Es tut so weh! Es tut so weh! Es tut so weh! Es sollte die ganze Zeit laufen. Aber ich muss meinen Musikplayer wieder aufstellen, wa? Was? Es gibt einen Musikplayer? Ich hatte doch einen Musikplayer auf dem letzten Server. Also auf deinem. Bist du? Glaube ich. Nein, das war meiner. Ach, das war deiner? Ja. Ja, da hatte ich einen Musikplayer. Die sind geräuschisch. Wunderschön. Äh. Hier wäre... Oh, das ist so verfickt hässlich. Das ist so hässlich. Das ist wie eine Narbe. Ja, hässlich. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Hoffentlich mit weniger Pink. Hast du mit mehr, ähm, Stink? Mit weniger Pink. Mit mehr Stink. Mit mehr Stink, okay. Mit mehr Stink kann ich leben, aber mit mehr Pink nicht. Okay. Was ist mit Lila? Okay. Du willst bei mir wohnen, ja? Ja, ich wohne noch da oben. Ja, es gibt was, was Force Field heißt. Du bist nicht einsperrt, hast du jetzt gerade gesagt damit. Nee, es wird Autokill. Okay. Du willst ja so umbringen. Äh, nein. Das würde ja als Morddrohung durchgehen, das wollen wir ja nicht. Okay, gut. Dann ist, dann ist okay. Okay. Aber in der Ring hast du recht. Hm? Leider habe ich nicht mehr genug Bricks. Könnte sein, dass noch eine pinke Stelle übrig bleibt. Das ist wie eine Narbe. Okay, äh... Dir ist nicht was Dummes, was du mal gemacht hast. Ja, jetzt aber endlich. Jetzt ist es... Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss und... Hör. Hör, Hör. Hör, Hör. Was habt ihr? Hör. Hör, Hör. Jetzt, ich bin nicht mehr Nachfolger.